Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Nioh Replicant. Dann wollen wir mal. Wir müssen ja noch unsere Quests abgeben, beziehungsweise unsere Quests abgeben und die andere holen. Dann dürfen wir uns nicht mehr rollen, oder sonstiges. Obwohl, ich könnte auch erstmal ihre Tulpenzwiebeln kaufen, ne? Äh, hier. Ja. Gerne. Mhm. Okay. Okay. Okay, ich glaube, das mit dem Wildschwein ist doch kein Dings. Kein Hoax. Wohin musste ich denn eigentlich nochmal für die andere Quest? Meeresfront. Oh. Wo ist ein Meeresfront? Nein, ich sollte erstmal das machen, ne? Mit den Nordfeldern, ne? Und dann können wir immer noch... Also nach Adlerhorst und dann können wir immer noch, ähm... Ja. Nö? Ich würde trotzdem vorher erstmal speichern. Falls mir das Ding wieder zerbricht, ähm... Nö? Warte. Dankeschön. Okay. Dann reden wir mal mit der Wache. Dass sie uns das Ding gibt und, äh, ja. Wir es diesmal nicht zerbrechen. Oh, okay. Darf ich denn mindestens rennen? Darf ich mindestens rennen? Also ich muss jetzt den Finger von der Dings-Taste weglassen, ne? Von der, äh, 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 Dutch Roll. Äh, oder Dutch Roll. Ich darf nicht schlagen. Glaube ich. Also, oder mich nicht schlagen lassen. Das ist da drüben. Okay. Warte mal. Ah! Hier sind nur Dings, ne? Nope, 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 nope. Don't come! Nein! Nein! Fuck. Okay, ne, warte, hier. Nein! Lauf, lauf, lauf einfach! Da vorne. Einfach lauf, 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 lauf! Also, ich krieg hier diesen, krieg hier nen Herzinfarkt. Der hat ja gesagt, wir dürfen uns nicht schlagen lassen. Ich darf hier aber auch keine Ausweichrolle machen. Deswegen einfach straight up dran vorbeilaufen. Ich hoffe, es läuft niemand in uns rein. Ähm. Okay. Nicht das, was ich mir hier, äh, vorgestellt hab, aber... Cool. Wir sind angekommen, ohne dass es zerbrochen ist. Ich, ich werd speichern. Okay. Deswegen heißt es Adlerhorst. Wir müssen nach ganz oben. Ich mein, da wohnt ja auch der Freund. Das wird ja super. Das wird... Ja, super. Ist, äh, eine interessante Bauweise. Warte. Da müssen wir ja hin für Dings, ne? Aber wo müssen wir hin für den... Auftrag. Goldenen Haus am höchsten Punkt von Adlerort. Okay. Mit Goldene da vorne. Ich geh mal davon aus, wir sollen nicht abstürzen. Da oben. Könntet ihr mal bitte aufhören mit den Kamerafahrten? Dankeschön. Ich, ich bin schon verwirrt genug. Nein! Wir werden ver... Nein, wir werden verfolgen! Nein! Das... Das klang auch nicht gut. Dankeschön! Ihr... Ihr Bastards! Warte mal, ich konnte auch irgendwie ins Menü zurück, ne? Also ins Hauptmenü. Ah, hier. Oder Laden. Man muss gleich unbedingt mal in der Kamerafahrt gucken, wo ich lang muss. Weil ich hab nicht gedacht, dass wir auf einmal auch wieder solche blöden Viecher sind. Warum? Ich hab vergessen, wie man schlägt. Aber... Davon auch mal abgesehen... Ich dachte, ich bin hier safe! Wir sind doch in einem Dorf! Okay, wir... Wir sind hier. Ich hab da hinten gespeichert. Warum bin ich hier? Ich bin mir sicher, dass ich da vorne gespeichert hab. Oder hab ich hier den automatischen Speicherpunkt, äh... getatscht? Nee. Hier. So, warte. Wir müssen hier rüber. Ja. Da oben ist er hin. Oh, wir müssen nach oben klettern. Schöne Kamerafahrt, wo man nichts sieht, wo man lang muss. Die total verwirrend ist. Und, äh, ne? Ein... Nur überall alles zeigt, um... Den Weg nicht zu zeigen, den ich eigentlich gehen muss. Ich muss nämlich einfach nur die Treppe da hoch. Und hier über diese blöde Brücke. Damit ich verwirrt bin und denke, ich muss da hinten irgendwo hin. Nein, wir müssen da, 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 da. Da, da. Müssen wir lang. Da hoch. Und dann da so rüber. Okay? Cool. Och, Kamerafahrt. Hm, ich, ich bitte dich. Genau, da müssen wir lang. Oh, kannst du mal bitte aufhören, wir werden verfolgt. Nicht jetzt, aber gleich. Muss ich ja nicht zum, äh, Leitern drücken, lau-laufen, klettern. Nein, muss ich nicht. Okay, die können keine Leitern. Benutzen, verwenden. Außer die Schatten. Willst du mich? Wollt ihr mich verarschen? Ach, nein, wirklich. Ach, nein, wirklich. Warum sind die ja überall Gegner, wenn ich hier so ein Scheiß-Tier den schleppen muss? Oh, das regt mich schon wieder auf. Ich muss da was zerbrechliches hin schleppen und überall sind fucking Gegner. Und ich darf weder berührt werden, noch eine Rolle machen, noch sonst was, weil das Ding so zerbrechlich ist, dass es gleich beim Anpusten kaputt geht. Und ich lande wieder hier. Do you even speicher, bro? Hast du überhaupt gespeichert? Und gleich die Kammerverfahrt. Okay, Dings schlagen dürfen wir. Anscheinend. Ich muss aber... Darf ich? Wo kommen die eigentlich gerade her? Aber wir brauchen ja die zweite Kamerafahrt. Ja. Ich frage mich viel eher, wie wir da safe ankommen. Ich bleib einfach auf der Leiter. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Tschüss. Bro, darf ich dir was geben? Bro, darf ich dir was geben? Ich bin ein Kind. Bitte hilf mir. Nein! Okay, ja, gut. Ja. Ich glaube... Ich glaube... Warte. Hier. Oder? Ne, da hab ich dann gespeichert, als ich dann die Task angenommen hab, ne? Ja, ich glaub schon. Ich glaub schon. Wenn nicht, dann können wir diese blöde, äh, ähm... Wildschwein-Quest eh nochmal abgeben. Das ist nicht das Ding. Das wär nicht so wild. Okay, warte. Nee, das war's nicht. Okay, die haben wir noch nicht abgegeben. Okay. Naja, wär's vielleicht die andere gewesen, aber... Ich nehm die Quest einfach nicht an. So. Soll er sein zerbrechliches, blödes Geschenk doch selber hinbringen? Andauernd geht's nach dem Winter auch gleich kaputt. Wenn ich nichts davon weiß, dann, äh... Dann kann ich auch nicht, äh, nichts zerbrechen. Oder soll es einfach kaputt gehen? Ist es verdammt dazu kaputt zu gehen, dass wir dann zurückgehen und sagen, hey, ähm, ist kaputt gegangen? Ist das so ne Quest? Ich geh nur da hin, um Dings einzusammeln. Fick dich, bring dein blödes Teil selber hin. So, das muss nicht los werden. Ah, dann können wir nämlich auch gleich kämpfen. Und stärker werden. Oh, das hätte ich auch machen können, ne? Warte, damit ich's so machen soll? Egal. Davon mal abgesehen, ähm... Einfach nein. Das ist mir einfach nicht wert. Ach, komm. er ist noch voll soll ich sagen ich brauche es einfach noch nicht gehen wir halt ohne dieses blöde ding dahin wir müssen aber trotzdem da zum goldenen haus noch vielleicht können wir das gebiet ja klären und ja quasi später mit dem geschenk dahin der ort dann ja safe ich muss ich erst mal da gewesen sein und dann naja ja ich überspringen wir haben das zuerst schon tausend mal gesehen ich weiß wo ich lang muss aber jetzt können wir kämpfen wieso kann ich keine rolle machen wieso konnte ich nicht rollen gerade stimmt wir kriegen ja dinge von denen was diesmal clear ich dieses mal habt ihr keine chance ich dachte schon das hat sich gerade angehört als wenn da noch mal jemand gespawnt wäre das war die rolle sorry ja hier wäre doch irgendwo noch einer ich habe das gesehen oder auch nicht okay oh jetzt gar nicht drauf geachtet warte gegenstände äh verwenden verwenden wir gleich das nächste ist überhaupt nicht mehr zuhause bis auf die eine person die uns nicht traut ja schade geht nicht kaputt du nein okay ja 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 Tja. Okay. Tja. Hat ja super geklappt. Ich hätte ihm das eh nicht geben können. Also ist das doch so eine Quest von wegen. Ich lerne, wie du jemandem sagst, dass du etwas kaputt gemacht hast. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Na, vielleicht haben wir ja irgendwann die Chance hier, mit unserem Gastgeschenk hier vorbeizukommen. Später. Nur nicht jetzt. Vielleicht müssen wir das Dorf erstmal befreien. Und dann, äh, ist alles to die. So. Ich überspeichere das mal, ne? Ich mein, das brauchen wir jetzt grad eh nicht. Hab ja schon gesagt, dass wir da irgendwie jetzt... ...das anders machen, dass wir das später machen. Was ist das eigentlich? Oh! Cool! Ich mein, wir sind vorhin schon dran vorbeigelaufen und, äh, ne? Da hab ich mich das schon mal gefragt, aber... Okay. Ja. Okay. Ja. Keine Sorge. Ah, ich kenn dich. Ach, wirklich? Weißt du, du machst das, ne? Oh. Weißt du, du kriegst das hin. Ja. Ups. Ich glaube, wir haben sie sauer gemacht. Ich glaube, sie ist wütend. Ich hatte schon gehofft. Dass ich sie nicht ganz besiegen muss, aber die kleine Lady ist richtig mad. Und trägt die falsche Wäsche. Man sieht ihren Arsch. Ähm. Boy. B-b-b-b-b-bitte was? Ähm. Hm. Der hat sehr viele Pickel an seinem Kinn. Oder Säcke. So Eiterboilen. Oh, come on. Are you serious? What the heck is going on here? Stay out of my way. He's mine, you idiots. It would appear we are not the focus of our anger. Guess not. Beware the shockwave. Hold back until we have a chance to approach. He just spot something else. Those are others. Are these guys shades too? Okay. I didn't know shades could get that big. The scale of this one is like nothing you've encountered before. Ow. Oh my God. Die. Die, die, die. I'm gonna pull up your teeth and cram them up your ass. That woman's mouth. She is as fierce as her sword work. Yeah. Was? Tja. Aber wo ist sie hin? Oh, cool. Danke für die Rettung. Könntest du mich das nächste Mal beim Retten weniger kicken? Ja. Passt du. Vorsicht. Ja. Ja. Ich glaube, das ist One Punch. Woman. Oder sowas in der Art. Oder auch nicht. Hat sie gerade verloren. Boah, dead booty. Boah, dead booty. Hey, du. Na, brauchst du Hilfe? Is she human? This one has been possessed by a shade. She exists as neither fully human nor other. I feel bad for treating her like one of those things. Ja. Wir müssen sie helfen. Dann, ähm. Oh, ich habe einen versiegelten Fers erhalten. Dunkle Hand. Schlage mit ermächtigen argischen Arm auf Gegner ein. Aufladen, um die Größe des Arms zu erhöhen. Okay. Hiiii. Ja. Okay. Haben wir doch auch noch nicht. Okay. Weiß. Wirklich? Okay. Ja. Kann ich nicht versprechen. Ja. Das stimmt. Aber ich habe gehört, ähm. Original, ähm. Ja, war sie noch ein bisschen mehr... Ja, irgendwie... Hatte sie noch ein bisschen mehr Pep? Ja. Erstmal hier, ne? Wir brauchen einen neuen Plan. Würde ich mal sagen. Ich meine, wir haben noch nichts für, für Yona, also, ähm. Ne? Macht das eher Sinn? Oder eher... Das ergibt halt mehr Sinn, wenn wir mit ihr reden. Popola. Sie sollte uns ja helfen. Waren die vielleicht auch mal human... Also, Menschen. Sorry. Deswegen die ganzen Sachen. Okay. Okay. Schon irgendwie weird. Okay. Ach, komm. Also wir hätten es beinahe geschafft. Zwar mit, mit Kainis Hilfe, aber, ähm... Oder Kains Hilfe. Aber, ähm, ja. Doch. War doch schon fast down, das Ding. Oder zumindest seine erste Phase. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja noch eine zweite Form. Aber! War doch noch gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Let's go! Das war doch die, ne? Ja, das war die. Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das die nachher am Brunnen war, aber... Nein, das war die hier. Das stimmt. Achso, zum Schrott, hoffentlich wollte ich gerade sagen, bei Dings, äh... Okay. Interessant. Ich glaube, ich werde es nachher schauen. Oh, aber es wird nicht frei, du weißt. Ich finde, du brauchst ca. 1000 Gold oder so. 1000 Gold? Wenn du Geld brauchst, versuche die Tavern. Das ist meistens, wo die Leute gehen, wenn sie jemanden suchen, um jemanden zu erhören. Okay. Ich wollte gerade sagen, dann können wir doch eher bei uns beim, äh, Dings nachgucken, ne? Wollen wir nicht erstmal mit Dings reden? Mit Jona? Bevor wir jetzt irgendwo hingehen? Ich rede mal mit Jona, ja? Oder vielleicht will er auch gleich dahin. Also zu Jona meine ich. Nicht nach, äh, äh... Whatever, wo wir hinwollen. Zum Schwotthaufen. Oder die Taverne. Ich gehe trotzdem erstmal die Schwester besuchen, ne? Was liegt denn hier? Was? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Was haben wir hier? Okay. Oh! Erstmal die Schwester, äh, beklauen. Okay. Okay. Ich wollte nur gucken, ob es ihr gut geht. Ich wollte nur gucken, ob es ihr gut geht. Äh, so, dann würde ich mal sagen, gehen wir... Wow. Gehen wir mal zur Taverne. Ach, warte mal. Die ist hier im Ort. Die ist also hier im Ort. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir haben doch über 3, äh, 3.000 Gold. Warum sagt er, alter, so viel Money? Das habe ich nicht. Wir haben Geld, ja? Wir sind nicht pleite. Oh Gott, äh, hier? Nein. Ja. Echt? Prima hin. Ein paar davon haben wir ja schon. Ja. Tja. Okay. Ich dachte du hast, ich dachte du hast auch Arbeit für mich. Okay. Ah ja. Ja. Und ich unterbreche dich erstmal. Wie es sich gehört. Ah okay. Tja. Gute Frage. Muss ich da unten hin? Sieht so aus. Naja. Vielleicht durch die Schatten. Ich meine, man kann ja smart sein, aber manche Dinge sind halt einfach, wenn sie überraschend kommen, doch gefährlich. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Seuchen, Zombie Apokalypsen, Schatten Apokalypsen, das ist ja fast wie Zombies. Naja. Soll ich die mal einsetzen, ne? Ich halte die ganze Zeit Wörter, aber benutze sie nicht. Wie zum Beispiel, wenn sie in den Backtank machen, ja? Und jetzt? Ich bin der, der Bad-Bow-Bow-Bow. Wie zum Beispiel, der Bad-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow-Bow. Oh, dann muss ich da hoch. Ich glaube, ich muss da hoch. Ach, wir gehen schon den Weg, ne? Warte mal. Ähm. Bären, Königswahn und Arzneikrotter. Arzneikrotter, Bären und Königsfahne. Bären haben wir. Ich habe aber kein Fahnen, ne? Ich habe noch kein Fahnen. Okay. Vielleicht finden wir die ja unterwegs. Vielleicht kann ich das... Ah ja. Schade, dass ich nicht, äh... ...zumindest schon mal ein paar Dinge abgeben konnte. So nach dem Motto, hey, ich habe schon Arzneikrotter und Bären. Ich kriege sehr viele Arzneikrotter. Das tut mir in der Seele weh, die da liegen zu lassen, aber... Ja. Muss ich ja, ne? Okay. Was hat der mit der Maus gemacht? Alter! Bist du beschreuert? Ich mein, was hab ich mir gedacht, als da stand, ich soll die aufheben, aber einfach mal den Schwanz ausgerissen. Grobian. Was für ein Grobian. Oh, hold on. Maybe we have some old bread here. Um. Hi. Hey there. Oh, welcome. Please, come in. What is this place? It's my shop. I'm the finest smith in these parts. Uh, usually. Okay. See, my brother and I build items from scrap we find in the junkie. But we're a little low on supplies at the moment. Okay. Good junkie, if you say? That's right. Folks say it used to be a military base. I don't know about that, but there's lots of great stuff in there. Okay. It's not exactly the safest place in the world, but we gotta eat, you know? So it's just the two of you out here? Our father died when Gideon was very young. And Mom is... She's out right now. Getting supplies. But I'm sure she'll be... Mom's been gone for seven days. When's she coming back? Seven days? That's a long time. Yeah. It's getting harder to find good scrap. She probably had to go deeper into the heat. I said I'm hungry. So if you had the materials, would you be able to upgrade our weapon? Well, yeah, but it's really dangerous in there right now. So we... No problem. We'll go. You... You will? Yeah. I want to upgrade my weapon. And besides, you need inventory for your shop. Well, yes. It's settled then. What do you... Well, to improve your weapon... I'll need... You can get them from the defense robots around the mountain. Got it. Here's a map of the complex. You're probably gonna need it. And be careful, please. It's gotten really skip... Yeah, yeah. Bye. Können ja auch mal nach deren Mutter Ausschau halten. Ich denke mal, das ist gar kein großes Problem. Aber ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Ich glaube, ich kann erst mal den Part beenden. Ne? Deswegen gucke ich mal eben. Jupp, wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Bye. Shadow Lord. I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us. Ich denke mal, ich liebe dich. Ich hoffe, ich habe die Welt. Ich denke mal, ich weiß nicht. Ich denke mal, ich denke mal, ich weiß nicht. Ich denke mal, ich weiß nicht. Amen. 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 First step!